ja hallo kommen mein name ist der new lp und ich begrüße euch zurück zuletzt black king der markt zwei feine mix in der letzte folge haben wir dem ex platt gemacht und jetzt stehen wir vor mal verdammt vor lakse ins tür portal was auch immer und ja die werden wir als nächstes fertig machen meinen dies auch nicht so komplett schwer ich werde wahrscheinlich probleme haben ihre angriff ausweichen und so aber jetzt ja ich habe wieder ein komplett anderes setup natürlich gegensatz zu dem ich habe wieder ultima ausgerüstet und ja ganz komisches setup was ich bei dem ex hatte habe ich natürlich weggemacht das übliche genommen und ja wir gehen auf und machen lag sehen jetzt das klang irgendwie falsch hatte ich dabei übrigens gefällt dir ein like ein kommentar ein ab oder sonst irgendwas hinterlassen das wirklich sehr freuen und den kanal weiterhelfen ja jetzt übrigens die erste aufnahme nach den letzten kampf und ja mal gucken ob diese aufnahme auch so glatt läuft die meisten kämpfe ich will ein paar gegenstände erfahren so wie schutzengel und also was bei einigen bestimmten charakteren aber jetzt hat hier noch keiner schutzengel hinterlassen müssen wir ändern irgendwann er wird ja wohl schutzengel hinterlassen haben können die letzten kämpfe ja wo auch hier kann ich jetzt gar nicht alle balken und ja ist gut du hast irgendwie nicht auf oder geht jetzt schon ab komm her mein gott du bist nervig was war nochmal man kommt das situationskommando weihnachten nach der kombo oder sohne man muss sich angreifen ja die stelle ich mir nicht so vor nicht so schwer vor sie macht nicht mehr so viel schaden als ein problem das gute irgendwie trifft sie mich nicht hier kann ich auf mich hier kann ich auf mich los ok ich habe jetzt auch das reflex dreieck gedrückt ich habe gar nicht gesehen dass da noch ein doppelgänger ja mehr kriege ich da nicht rein ich habe vier gedrückt aber war zu spät glaube ich nein ich habe drei gedrückt ja ich habe mich seit kopie auf die kopie lauf losgehende mal kommen noch mal wissen ja jetzt kommt der angriff ich bin so aufgerechnet kriegte käse also ja wenn ich die ganzen blitze ja von dem himmel kommen würde so viel wird man wenn wir sind knapp ja so glaube ich ein etat ausgerüstet warum ja mein ding muss ich mal aufgaben meine mp muss ein etat verbrauchen kann das wagen ok danach lässt sie sich doch nicht nach dem kombat wird dass sie noch zwei treffer hierzu aber da wird nein papier verabschiedet also habe gar nicht gesehen hat sie schon kaputt ist ok der kaputt war ein bisschen hektisch aber eigentlich jetzt auch nicht so ein problem ja das war schon wieder für diesen part hinterher ist so richtige vision war das was ich brauchte für irgendwas ich weiß jetzt nicht ja aber damit wasser ist das schon wieder von diesem part man ich würde eigentlich mehrere auf einmal machen aber was soll es also nicht wenn ich als nächstes nehmen soll sozusagen extra vielleicht was hx malusia wechseln ex wechseln jetzt exen ward ja gerade ihr der 2.8 remix kommt am januar schon raus das ist ein bisschen zu früh finde ich müssen auch darf das lieb und so weit abschließen aber okay ich wohl irgendwie so machen müssen gut dann würde ich sagen ich bin natürlich wieder hier wenn sie uns in der nächsten folge von jetzt blacking nummer zwei feile mx über den nächsten platten wahrscheinlich ich werde versuchen wechseln nehmen sie euch dann dankeschön für zuschauen und bis zur nächsten folge bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal